Was hältst du davon, dass Karpi und KMN ein Feature gemacht haben? Ja, finde ich doch super, Alter. Feiere ich an dieser Stelle auf jeden Fall noch Big Shoutout an Capital Bra. Und die Jungs von KMN, ist doch cool, Alter. Miteinander ist immer besser als gegeneinander. Und wenn am Ende auch noch coole Mucke bei rauskommt, Alter, sind wir doch, sind wir eigentlich alle ganz gut bedient.